Wir werden jetzt rein und raus spielen. Wir spielen drei auf dem Feld, drei gegen drei. Jeweils einer draußen, rein und raus. Aber ich möchte, dass der erste Ball jetzt immer im Sprung gemacht wird. Merit, du darfst ruhig zwei, drei Meter rein ins Feld. Wichtig ist, dass mit dem Ball über das Netz geht. Der, den Fehler macht, geht raus. So, Fehler, Alina, raus. Lea, du bleibst drauf, Lea, drauf beim. Mutig spielen. So, komm, Alina, zügig. War drin, war drin, war drin. Johanna. Merit, raus. Anbieten, anbieten, außen. Johanna, raus. Zügig, zügig raus. Merit, nimm den Platz, den du brauchst. Komm weiter rein ins Feld. Ja, besser. Okay. Johanna. Okay, Greta, auf geht's. So, muss rein, Marja. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017